Ich verfolge den Sturm! Du sieg adelante! Fahr weiter! Okay, es gibt keinen Weg außen rum! Wir müssen mitten durch! Durch das Auge des Sturms! Okay, auch mein Zeichen! Und wir... oder jetzt, auch gut! Ah, das könnte etwas holprig werden! Touchdown! Nicht ein Kratzer! Der Dunkel wartet! Flamingos! 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 Das war's. Ich dreh doch mal um und losse dich über die Brücke. Maravilla! Du hörst deinen Augen nicht zauen, wenn du das siehst! Fahr weiter! Das ist die letzte Lieferung! Das ganze Festival wartet! Los, los, los! Na, wie wär's? Ein kleines Rennen zum Festival? Vamonos! Verizon, das ist Mexiko! Hier sind schon Autos vom Himmel gefallen, aber jetzt schauen alle auf den Superstar, der sich jetzt auf den Weg zum Festival macht! Wenn ihr zum Horizon Mexiko hier seid, dann haben wir etwas für euch! Macht euch auf das größte Abenteuer von Horizon gefasst! Hört ihr das? Das ist der letzte Frachtflug, der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem AMG One liefert! Schneid euch an, Horizon! Ich habe diesen Fahrer schon einmal gesehen! Jetzt war mal ein gekonnter Auftritt! Oh ja, das war Tag 1 unserer mexikanischen Fiesta-Leute! Und wir fangen gerade erst an! Heißt mit mir unseren Superstar Nr. 1 beim Horizon Mexiko!